Heute bin ich sehr zufrieden mit mir. Ich habe etwas entdeckt. Das immer wiederkehrende Motiv in Fraktal 11 in den verschiedenen Tonlagen lässt unendlich viel Bewegung zu. Es heißt Rat des Schicksals, auch weil es am zehnten Tag hier entstanden ist, aber vor allem, weil das Motiv immer eine Art des Rückblicks ist, in verschiedenen Emotionen, von traurig, überfreudig bis hin zu friedvoll. Gerade die letzten Takte empfinde ich sehr intensiv. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020